Im Fußball-Saarland-Pokal gab es gestern Abend doch noch eine Überraschung. Der 1. FC Saarbrücken verlor in Gresaubach mit 5 zu 6 nach Elfmeterschießen. Erst der letzte Elfmeter brachte die Entscheidung. Ortiz scheitert an Andi Rupp und der FCS war raus aus dem Pokalwettbewerb. Die Gresaubacher im Überschwang der Gefühle. Unterdessen belagerten vor dem Stadion Saarbrücke Anhänger den Mannschaftsbus. Spieler und Trainer mussten eskortiert werden. Die Attacken der sogenannten Fans an der Grenze des Zumutbaren. Bis wo muss die Sache neuer gehen in der Aggression? Man hat ja auch gesehen, was die letzte Zeit passiert ist. Ob das im Gymnasium in Deutschland ist, bald kommt einer mit einem Revolver in der Kabine und schießt und alles um. Also das kann nicht so weitergehen. Da muss man aufpassen. Das sind Jungs von Saarbrücken. Da muss man nicht vergessen. Didier Philipp fehlte das Verständnis, hatte er doch viele echte Saarbrücker Nachwuchsspieler gebracht. Doch die B-Elf ohne Hadji, Nährbauer, Saklik, Jäger oder Eich tat sich schwer gegen wackerkämpfende Gresaubacher. Der FCS mit alleine drei Latzentreffern, bis es zum 0 zu 1 reichte. Heidarovic nach 65 Minuten mit der Führung. Und man mochte denken, jetzt geht alles seinen gewohnten Gang. Doch im Gegenteil. Der Verbandsligist mit dem Rücken zur Wand, aber dem Blick Richtung FCS Tor. Und dann konnte Heidarovic nur noch mit der Hand retten. Die dreifache Konsequenz. Rot für den FCS-Spieler, Elfmeter für Gresaubach. Und der Ausgleich durch den ehemaligen Jugend-Nationalspieler Daniel Kallus. 86. Minute. Der FCS wurde abgestraft. Vielleicht auch, weil er ohne Stammkräfte kam. Dann haben wir unsere Jungs, wo alle von Saarbrücken kommen. Das muss man auch nicht vergessen. Das ist eine Nachwuchsarbeit. Die müssen auch mal die Chance bekommen. Ich würde das genau wieder so selber machen, mit derselben Aufstellung. Das ist nicht das Thema. Ein Thema für den FCS war auch die Schiedsrichterleistung. Einige Entscheidungen zweifelhaft. So auch die gelb-rote Karte für Reuter kurz vor Ende der Nachspielzeit. Dann flippten einige aus und liefen auf den Platz. Sehr kleinlich auch die Entscheidung des Linienrichters, den ersten Elfmeter im Elfmeterschießen wiederholen zu lassen. Birkenbach soll sich zu früh bewegt haben. Unser Ziel war eigentlich nur, dass wir so lange wie möglich dem FC Paroli bieten. Und dass es dann so gut gelungen ist, ist natürlich Weltklasse. Also wunderschön. Was die Bilder mehr als belegen. Was die Bilder mehr als belegen. Was die Bilder mehr als belegen.